Wie in der letzten Folge versprochen, befinde ich mich auf dem Orsayplatz, um jetzt direkt mal zu Konstantin weiter zu gehen. Und dann wird ja wahrscheinlich auch der andere, jetzt direkt der Petrus hier oben mitstehen, weiß ich gar nicht. Der jetzt gleich hier mitsteht. Asko steht hier. Ach hier, da steht der Petrus. Der ist auch da. Oh, jetzt sprechen wir mit dem. Mein liebter Kussin, komm closer und sag mir, was dir bringt. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising, but I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her, she's probably too busy planning her next assassination Also alles beim Alten. Okay, sprechen wir jetzt mal von dem Treffen. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then. Was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards and glean some information. I would not have allowed anything bad to happen to him, your highness. Oh, it's just us here, Kurt. Why not continue to call me by my given name? Carry on with your story, cousin. I'm impatient to know what secrets our illustrious neighbors have discovered. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place. But they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets. And Tulemi hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The Bridge is already in open conflict with the island natives. Tulemi and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, your highness, I would be honoured to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, your highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Ah, my widow. A few of them have come. Schauen wir gleich mal nach. Also, das sind jetzt die beiden Sachen. Einmal die Gelehrten. Das ist ja die Brückenallianz. Und das sind die aus Telemä. Die Erleuchteten. Dann aber noch das Geheimnis des Prinzen. Das ist quasi mein Geheimnis. Was steckt wohl dahinter? Diese Aufgaben sind jetzt dazugekommen. Jetzt kann ich wieder mit Kurt sprechen, um da noch weiterzumachen. Dann machen wir das mal direkt. Kurt, bist du da? Kurt? Hier ist Kurt. Sprich mit. Ich möchte mit Kurt sprechen. Genau. Okay. Das machen wir natürlich. Damit muss ich Kurt mitnehmen. Ich könnte jetzt Siova mitnehmen. Wir haben ja beide. Also Siova ist da schon ein bisschen stärker. Und Maki 1300. Ist beide gleich. Der ist im Beziehungslevel noch verdächtig. Er ist freundlich. Kurt ist nett. Nett. Mit Petrus. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge machen. Was hat er denn? Waffen göttliche, Magiering, Angriffsaktion, Schild des Erleuchteten. Spezialen Griff, Schatten, Explosion. Also eigentlich das gleiche, was ich mache. Die greift an und kann auch mal heilen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich weiter erstmal Siova nehmen. Oder doch mal den Petrus. Freundschaftsbonus Charismas. Freundschaftsbonus Stärke. Handwerk. Intuition. Jetzt habe ich verstanden, woher das mit dem Leuchten kam. Das lag am Vasco. Weil wir jetzt ja freundlich sind. Kurt ist ja bisher noch nett. Mit der nächsten Mission wäre er wahrscheinlich dann auf der Stufe freundlich. Und damit würde ich dann hier, wenn ich ihn mitnehme, das Handwerk bekommen. Petrus könnte ich mir dann noch das Charisma sichern. Und hier mit ihr wäre mir Stärke noch gesichert. So funktioniert das also. Deswegen machen wir das nämlich so. Nehmen wir den Vasco mit. Und die Intuition mitzunehmen. Weil es das ja einfacher macht, unterwegs die Dinge zu finden. Wieder etwas herausgefunden. Das finde ich schön. Jetzt werden wir erstmal sehen. Wir werden jetzt rausgehen. Hier zum Lager des Phantomregiments. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht hier um die Ecke. Daher werden wir wieder zum Wohnsitz gehen. Um dort diese Schnellreisemöglichkeit zu verwenden. Daher laufe ich jetzt wieder hier hinten in die Richtung. Dann nochmal hier reisen. Hier soll das Phantomlager sein. Lagerfeuer der Weißen Schluchten. Ich glaube da gab es doch irgendwo dieses Ausbildungslager. Wenn ich mich recht erinnere. Hier hat man vor kurzem das Verkauf. Da ist jetzt nichts. Da war doch irgendwo ein Ausbildungslager, in das ich nicht reinkam. Hier. Es war mir strikt untersagt, in dieses Ausbildungslager reinzugehen. Jetzt wissen wir warum. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Da gab es doch die Sache mit diesem Rainer. Aber gut, dass wir das jetzt schon mal freigedeckt haben. Da wissen wir jetzt ganz genau, was uns hier alles erwartet. Und da unten sind wieder ein paar Gegner. Die sind natürlich jetzt alle wieder da. Und. Gleich sind sie wieder weg. Noch ein Schuss. Reicht das? Das reicht schon. Hier, nimm meine Magie entgegen. Nimm sie entgegen. Und stirb dabei. Genau so. Das war es auch schon wieder. Wir haben heute ein Puschen. Genau das ist jetzt das. Das ist diese Intuition, die durch den Vasco gekommen ist. Jetzt weiß ich genau. Ich dachte, das ist irgendein Kleidungsstück. Aber ich habe ja gar nichts geändert. Deswegen hat er mich das alles ein bisschen gewundert. Aber. Die Frage hat sich damit schon wieder beantwortet. Jetzt gehen wir wieder diesen Weg. Der. Den ich ja gesagt habe, der nicht so schön aussah. Der so gemein war. Da kam ich ja nicht weiter. Und jetzt. Versuchen wir mal hier rein zu kommen. Jetzt geht das alles. So. Und dann werden wir jetzt mal direkt mit dem hier sprechen. Ich bin informiert von deinem Begriff von meinen Sentinels. Aber ich glaube, es wäre nicht du, Kurt. Rolf. Du bist der Kanzler dieser Kanzler. Du kennenzulierst uns? Wir trainen zusammen. Wir haben uns nicht gesehen. Wir haben uns lange gesehen. Eine sehr lange Zeit. Der Welt der Warrior ist sehr klein, Kurt. Was bringt dich hier, mein older Comrade? Und wer sind diese Leute mit dir? Sie sind nicht von uns. Mein Name ist der Saadet. Ich bin der Legate von der Merchant Congregation. Und ich bin Captain Vasco. No need to comment about our distance from the sea. Ich weiß. Diese Leute sicher sind wichtig. So. Was sind Sie hier? Ich habe gehört, was das hier passiert. Was das sehr spezielle Kanzler. Und wir wollten sehen, was es all about mit unseren eigenen Augen. Das ist sehr nett, aber die Visiten nicht willkommen in diesem Kanzler. Was passiert hier, ist nur das Garten-Business. Das ist das gleiche, was mir zu tun hat. Hör, Kurt. Ich kann dir und deinen Freunden ein paar Antworten geben. Aber nur, weil es dich ist. Was haben wir denn für Fragen? Zweck des Lagers, Organisation des Lagers und noch der Ausbildung fragen. Fangen wir aus dem Zweck des Lagers. Was ist das, was du hier machst? Und warum ist das Lager gehalten, auch von deinen Comrades in der Garde? Die Natives haben ihre Magik, und wir müssen die Eliten trainieren, um sie zu können. Das ist das, was wir hier machen. Unsere Rolle ist... Das war also Zweck. Also, Elite-Soldaten auszubilden, um die Eingeborenen mit ihrer Magie bekämpfen zu können. Also eigentlich Vorbereitung eines Krieges. So, wie ist es organisiert? Das ist ein großartiges Land für so ein secretes Ort. Wie ist es organisiert? Der Hauptbächtnis ist für die Offizierungen und die Wunten. Die Front und Reine der Land sind für die Wunten, um die Wunten zu trainieren. Aber die meisten Übungen sind außerhalb. Imprensvoll. Und wie sind Sie die Begründung? Nur die meisten kommen hier. Die, die mit Wunten zu haben. Als sie kommen, sie sind in zwei Squadronen, die leden und trainieren von einem Lieferanten. So, jetzt noch die Ausbildung. Mal sehen, was da hier so stattfindet. Jetzt haben wir den erstmal über das ganze Camp befragt. Und jetzt sprechen wir mal noch Rainers Tod an. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable. But these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. Old barrack rivalries. Rolf doesn't bring back good memories for me. Well, let's continue. I want to know, what's going on here. So viele Informationen gab's nicht. Der hat jetzt aber auch mitgeteilt, dass er in draußen wahrscheinlich in der Übung oder sowas, im Feldzug, äh, dass der Rainer gestorben ist. Das sollte jetzt alles irgendwie vertuscht werden. Sprechen wir mal mit dem Leutnant hier. Lieutenant. Respektvolle, Captain. Hier ist mein Freund, der Legate der Merchantkongregation. Er würde gerne euch ein paar Fragen stellen. Mal wieder mit Ausbildung. Fragen, wie sie hierher gekommen ist. Fragen wir erstmal über das Schwadron, das die dort gerade trainiert. Wie sind die verschiedenen Squadronen in diesem Camp von einer anderen? Die Reguliere, die ich trainieren, sind umgekehrt, um mehr subtlige Aktionen zu führen. Wirklich? Welchen Form? Ich zeige ihnen, wie sie in die Nachricht zusammenbinden, um die Künstleren zu verstehen. Sie sehen und wissen, wann zu streichen. Das ist verrückt. Diese Fähigkeiten sind normalerweise mit Assassinen, sondern mit Soldaten. Diese Fähigkeiten sind immer sehr gut. Aber natürlich recht, also eigentlich diese Fähigkeiten, so aus dem Versteckten heraus anzugreifen, hat doch eher was mit Assassinen zu tun, als mit Soldaten. Aber auch Soldaten. Wenn ich mir das vorstelle, sind Soldaten in so einer Rüstung hier. Versteckte angehe. Aber gut. Wie funktioniert die Ausbildung? Welchen Formen haben deine Männer untergebracht? Ich kann nicht in die Details gehen, aber sie lernen Disziplin und sich selbst auszutauschen. Du meinst, dass sie blinde Regeln folgen, sogar zu ihrer Tod. Aber ich... Nein, Kapitän. Wir haben auch ihnen die Situation analysiert, damit sie wissen, wann zu agieren, um ihre Leben zu gefährden. Also, wie sie gerade gesagt hat, werden die eigentlich ausgebildet, dass sie sich nicht in Lebensgefahr bringen sollen. Was natürlich jetzt mit dem Raynor nicht so gut. Das hat dann nicht da, nicht funktioniert. Quasi. So, wie ist sie denn hierher gekommen? Wie ist sie denn hierhergekommen? So, das waren jetzt die ganzen Fragen. Jetzt haben wir hier noch mit dem Charisma, was auch wieder auf 100% ist, was da schon sehr von Wurteil ist. Versuchen sie zu täuschen, um Informationen über Raynor zu erhalten. Na, das ist dann, wie er das jetzt anstellt. Kurt, nicht wahr, dass jemand hierhergekommen ist? This talented fits what we're looking for. You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is the Governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities. But an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Raynor, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other Lieutenant's Squadron. Yes, I'm sorry. I haven't been much used to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders. But please be quick. I'd like to get on the training. Jetzt können wir uns die Rekruten befragen. Machen wir das mal. Kann ich irgendwie mal hier runterkommen? Von hier oben aus? Ah, jetzt kann ich hier hinabsteigen. Jetzt bin ich unten. So, fragen wir nochmal die Ausbildung. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yeah, we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Äh, yes. I think so. Well, yes, that's true. Problem is remembering things, soldier. No, Captain. Also, nach dem, was er gesagt hat, äh, scheint die Ausbildung nicht nur im Freien, also außerhalb, äh, oder im Gelände so stattzufinden. So, er hat sich jetzt ein bisschen in, äh, in Bredouille gebracht und hat Aussagen der Vorhergehenden ja ein bisschen verworfen. Was ist es in Ihrer Squadron? Sehr gut. Die Phantom Squadron ist nur von der sehr besten. Verrückt ihr, deine Kameraden? We're like five fingers on one hand, sire. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. Also, Einsatz hat er. Und, war, gab's schon mal Unfälle? We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? Äh, no. Of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I... I... I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellent. Captain. These kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. Of course not. Der Meinung bin ich auch. Also, der war dann wirklich sehr unsicher, dass es um diverse Dinge ging. Gerade auch um den Unfall, um meine Manöver. Hm. Also, er scheint was zu wissen. Will es aber nicht sagen. So, was mit dem hier hinten? So, wieder der Ausbildung entsprechen. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, sir. Really? Go on. It's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No. It's not a test. You may speak freely. Well. Training is difficult. But we can't complain, Captain. Hm. That's an interesting way to phrase it. Das ist wirklich schon... Kampfausbildung ist hart. Okay. You're very united in this squadron. At least, that's what I've been told. United? You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Rainer sound familiar to you? Yeah. Well, no. Not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Rainer. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. Uh, First Class Recruit Wilhelm. Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything, as long as his instructor is nearby. Hm, also dieser Recruiter will, hat ein bisschen mehr gesagt, da, hm. Wer weiß, was da noch so kommt. Jetzt haben wir hier mit den ganzen Rekruten gesprochen. Da klettern wir mal wieder raus. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch den Leutnant. Den man auch noch befragen kann. Dieser da haben wir jetzt ja komplett erledigt. Das war ja das eine Schwadron. Hier haben wir jetzt das andere Schwadron. Dann sprechen wir erst mal mit dem Ausbilder. So geht's wieder los. Erstmal über das Schwadron. Der hat eine klare Meinung zu seinem Schwadron. So, die Ausbildung. Also über die Ausbildung will er nichts verraten. Wäre aber schön gewesen. Dann hätte man ja vielleicht selber mal ein bisschen was gegen Magie unternehmen können, obwohl wir gar nicht so großartig gegen Magie kämpfen. So, erwähnen wir mal den Fall von Raynor. Ich habe gehört, dass der Rekruten, Raynor, trainiert hier. Was kannst du mir erzählen? Oh, er war ein guter. Er hat ein bisschen vor dem Zeitpunkt. So, wir haben gehört. Ihr Kapitän hat uns gesagt, er hat vor einem Maneuver geschaut. Kannst du uns noch mehr erzählen? Das Training, die wir draußen machen können, kann es gefährlich sein. Unfortunately, Raynor hat seine Todesfälle in einer Ravine fallen. Er fallen? Durant einer Simulativen Ambush. Ich weiß, es ist nicht glücklich, aber es passiert. Ich würde gerne zurück nach Arbeit, wenn du es allowst, Kapitän. Also viel verraten hat er jetzt nicht. Jetzt geht es wieder darum, mit den Rekruten zu sprechen. Aber wie auch Kurt schon gesagt hat, also Kampf gegen Magie, was wir immer gegen Magie schon machen, außer selbst Magie als Schutz einzusetzen. Ein Schwert wird wohl gegen Magie nicht helfen, weil die Magie durchdringt ja auch die Rüstung. Okay, sprechen wir mal mit dem. So, fragen wir mal noch seine Ausbildung. Und wie ist es mit den Kameraden? Der sagt also auch, alle für einen, einer für alle. Aber der macht das ohne irgendwie zu zucken. Also der haut das wirklich alles so raus. So, mal sehen, ob er ein paar Raynor kennt. Und, als das ist so ein sehr knifes Squadron, Sie müssen Sie wissen, Raynor. Ja, natürlich. Aber er ist nicht mehr Teil des Squadronen. Er ist weg. Really? Ich weiß nicht, was Sie versuchen, mich zu sagen, Kapitän. Raynor hat das Squadron gelegt, weil er auf eine Mission gelegt wurde. Es gibt nichts mehr zu sagen. Sorry, Mann, aber das ist nicht was passiert. Ich weiß nicht mehr. Danke. Das ist alles. Danke, Herr. Kapitän. Liebtenant, report. Kapitän. Können Sie uns ein paar Minuten und uns über die Seite fahren? Ich habe nie hier nie gehört, und ich bin interessiert, was passiert. Ich bin nicht sicher, ob wir können, Kapitän. Wir sind auf dem Weg, Kapitän. Gut, Liebtenant. Los geht's. Ich... Sie kommen mit uns? Nein, danke. Ich würde lieber hier bleiben. Take in some fresh air. As you like. In diesem Fall, sehen Sie später. So. Jetzt sind die... ...Leutnanten weg. Und jetzt soll ich nochmal den Wilhelm befragen. Jetzt ist nämlich keiner mehr da. Das war der, der so Angst hatte. Ja. Ja. Wilhelm. Wir müssen uns sprechen. Und nicht worry. Kurt wird sicher sein, dass dein superiorer nicht so weit kommt. Warum hast du das gemacht? Wir haben nicht gedacht, dass du nichts gesagt hast, als sie hier war. Wenn du das verstanden hast, andere werden auch. Sie werden mir bezahlen. Wir haben noch mehr Grund dafür zu sprechen. Wenn wir haben, können wir uns überlegen, können wir uns überlegen. Und zu Ende dieses Camp. Sehr gut. Was würden Sie wissen? Was geht hier wirklich vor? Was ist wirklich hier passiert? Wir wissen, dass Reyna nicht in einem Ausfall sterben hat. Das sollte ein Trainingscamp für die Elite der Gäste sein. Nur die größten talentierten Rekruten können. Das ist eine große Ehre. Eine unglaubliche Chance. Das ist das, was wir jeden Tag gesagt haben. Aber in der Realität ist es nur hell. Jetzt spricht das aus. Also es ist nicht ganz ohne Misshause, wie er gesagt hat. Es ist die Hölle. Obeiden oder sterben. Es ist menschlich. Ich habe sie über die Spezialist-Trainung gegen die Natives in hostilen Umständen gesprochen. Aber was sie uns教en wäre, wäre es für die Assassinen. Wie vorhin schon gesagt wurde, ne? Das, was die eigentliche lernen, wäre für Assassinen besser als für Soldaten geeignet. So, was ist mit Reyna? Wie für Reyna. Du weißt, was er mit ihm passiert? Ja. Ein Tag, er konnte es nicht mehr so lange halten. Er verratete Orders. Er kämpft. Und die Leute verratete. Das ist das, wenn die Dinge verraten. Er hat ihn für Nacht trainiert. Was bedeutet das? Es hat nichts zu tun mit realen Trainings. Wir haben uns auf die letzte Minute. Die weakest sind als Pferde für die anderen, die sie verraten. Wenn wir sie verraten, dann werden wir auch die Angelegenheit. Also, wir gehen in. Und streiten. Wenn du willst, um den Reiner zu verraten, dann kannst du mit mir anfangen. Wir haben alle seine Hände in unseren Händen. Danke für uns zu sagen. Du solltest du zurückkommen. Ich hoffe, du kannst etwas machen. Haben diese Kampen geöffnet. Otherwise, ich werde bald so tot wie Reyna. Wir verstehen die Risiken du hast. Wir werden dich nicht verraten. Danke. Danke. Wirklich? Das war wirklich faszinierend. Kapitän. Ich habe alles gesehen, was ich brauchte, um zu sehen. Du kannst uns verlassen. Ja, Kapitän. Sollen wir gehen? Das ist schon eine krasse Sache, ne? Also, der Reiner wollte dieses Camp verlassen, weil er die Ausbildung zart fand. Er konnte das einfach nicht mehr. hat sich dann, wenn man es aber nicht darf, hat er sich geweigert, Befehle auszuführen, wie er der William gerade eben gesagt hat. Und wurde dafür geprügelt. Von den Kameraden, weil der Befehl war, die sollen den erschlagen. Wenn sie es nicht machen, werden die selber zur Zielscheibe. Das ist wirklich brutal. Ich hoffe, dass wir dieses Camp schließen können. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.